Treffen Sie Tom. Tom ist LKW-Fahrer und fährt seit über 20 Jahren LKW. Darf ich vorstellen? Joe. Joe und seine Frau sind seit über 20 Jahren verheiratet. Tom und Joe sind beste Freunde. Im Jahr 2010 investierte Joe 100 Dollar und sagte zu seinem besten Freund, Hey, ich habe gerade in diese neue Sache namens Bitcoin investiert. Eine digitale Währung. Sie könnte eines Tages groß sein. Joe ermutigte Tom, mindestens 100 Dollar zu investieren. Und Tom? Nun, Tom lachte nur. Tom sagte, das sagst du immer, Joe. Er machte sich über Joe lustig, weil Tom nicht verstand, was eine digitale Währung überhaupt sein könnte. Nun, folgendes ist passiert. Drei Jahre später verletzte sich Tom bei der Arbeit und bekam einen Schlag auf den Rücken. Joe und seine Frau zogen quer durchs Land und hielten nicht immer wirklich mit Tom mit. Außerdem stieg Bitcoin von 1 Penny pro Münze im Jahr 2010 auf 100 Dollar im Jahr 2013. Und Joe? Nun ja, Joe wurde zum Millionär. Jetzt gehen wir ins Jahr 2023. Tom? Nun ja, er erhält Invalidität und Sozialhilfe. Und Joe? Nun, Joe hat über 100 Millionen Dollar mit Bitcoins verdient. Und das ist eine wahre Geschichte. Wow, es gibt so viele Geschichten wie diese. Von Bitcoin bis Ethereum, von Dogecoin bis Shiba Inu. Menschen haben Hunderttausende bis hin zu Millionen mit nur 100 Dollar gemacht. Aber was jeder vergisst, und wenn ich sage jeder, dann meine ich genau die Leute wie Sie, die noch nie diese Art von Gewinn durch Investitionen gesehen haben. Der Schlüssel zu dieser Art von Gewinnen ist, so früh wie möglich einzusteigen und ein gutes Auge auf die nächste steigende Münze zu haben. Nun, einer unserer Konkurrenten ist ein ziemlich gutes Beispiel für das, was Sie in unserem Projekt sehen könnten. Es ist eine Spielfirma, die genau wie wir Axie Infinity heißt. Obwohl die Gruppe als Sky Mavis registriert ist, hat Axie Infinity eine Blaupause für Gaming-Unternehmen geschaffen, um Kryptotoken einzuführen und Menschen zu Millionären zu machen. Im März 2018 brachten sie einen der ersten Gaming-Token namens Axies auf den Markt und begannen mit dem Verkauf in einem privaten Vorverkauf, der Anlegern die Möglichkeit gab, sie für weniger als einen Penny zu kaufen und starteten einen Vorverkauf, bei dem sie für über 10 Cent pro Token verkauft wurden. Seit 2018 ist der Token auf über 100 Dollar gestiegen, was einiger ihrer Token-Inhaber 10 Millionen Dollar einbrachte. Und obwohl der Preis für einen Axie auf 10 Dollar im Jahr 2023 gefallen ist, bringen Axies den frühen Token-Inhabern heute immer noch Millionen von Dollar ein. Die Fragen lauten nun also, wo ist der nächste Token? Wie kann ich mich ganz am Anfang an einem Kryptocoin beteiligen? Nun, gerade jetzt gibt es einen neuen Gaming-Token, der sich in der Vorverkaufsphase befindet. Und er heißt Okra-Token. Nicht nur, dass dieser neue Gaming-Token jetzt im Vorverkauf für nur 0,0005 Cent angeboten wird, was deutlich unter einem Penny liegt, sondern er hat das Potenzial, bald 10 bis 70 Cent zu erreichen. Und sogar eines Tages innerhalb der nächsten paar Jahre möglicherweise bis zu 100 Dollar zu erreichen. So wie Axies einst tat. Der Okra-Token kann Ihnen eine zweite Chance geben, ein Vermögen zu machen. Wenn Sie Axie, Infinity oder Bitcoin verpasst haben. Eine kleine Investition in diesen Token kann Ihr Leben verändern. Die Dinge ändern sich und ein weiterer Bullenmarkt steht bevor, in dem die Münzpreise möglicherweise in die Höhe schnellen könnten. Sogar die Regierung bringt endlich eine Kryptomünze auf den Markt. Jetzt ist Ihre Chance, zum günstigsten Preis aller Zeiten einzusteigen und die meisten Token zu erhalten. Diese Token werden von der ganzen Welt für Spiele verwendet werden. Und werfen Sie jetzt einen Blick auf einige der kommenden Projekte, in denen diese Token verwendet werden. Games NFTs und AWP's eigener NFT Marketplace. Animated Storyline and Game Characters Max, is that you? Silence! Max is no- Now you will attract me as Dr. Menace. I said silence. Devious, please destroy him. Silence. 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 Oh, where am I? Merchandise. Und demnächst AWP Gaming Studios AWP Unterhaltung. AWP Medien. AWP Medien. Dieser Token könnte eines Tages möglicherweise so gut laufen wie EXI Infinity. Derzeit werden Sie für 6 bis 10 Dollar pro EXI Token verkauft. In diesem frühen Stadion dürfen Sie Okra Token im Wert von 80 Dollar zu 0,0005 kaufen, was Ihnen 160.000 Token einbringt. Selbst wenn der Preis bei 6 Cent pro Token liegen würde, hätten Sie mit 80 Dollar bereits über 9.000 Dollar Gewinn gemacht. Wenn der Kurs jetzt nur 60 Cent erreicht, sind es über 90.000 Dollar bei einer Investition von 80 Dollar. Jetzt ist die perfekte Zeit, um einzusteigen. Lassen Sie Okra Ihr Leben sehr bald verändern. Ab Birth. Und auf puddeln. Alle Zeit können wir Ihnen in der Krieg sein. Bvi. Bist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020